Ja, da schließe ich mich, meinem Kollegen Thomas Ranft, doch ran. Das ist so ein klassisches Bewerberprojekt für die hessische Umweltlotterie, genau. Und Sie können eben was Gutes für Natur und Umwelt tun und auch für Ihr Konto, wenn nämlich die richtige ID auf Ihrem Los steht. Und Sie wissen, die Zahl erfahren Sie immer als allererstes hier bei uns, Freitagabend in alle Wetter. Und die Los-ID, die diese Woche gewinnt, ist die 554926. Wenn diese Zahlenkombination in dieser Reihenfolge bei Ihnen auf dem Los steht, dann herzlichen Glückwunsch, dann haben Sie ordentlich was gewonnen. Und Sie wissen ja, man kreuzt immer noch gleichzeitig eine Postleitzahl an oder man gibt eine an aus einem Landkreis, der dann mitgewinnt. Alle anderen, die auch eine Postleitzahl aus dieser Woche, dem Main-Taunus-Kreis angegeben haben, die gewinnen dann mit, egal ob sie die richtige Los-ID haben oder nicht. Also herzlichen Glückwunsch und wir können uns mal anschauen, wie sich die Gewinne in dieser Woche verteilen. Der Hauptpreis von 10.000 Euro wird einmal ausgespielt. Ein weiterer Mitspieler, eine Mitspielerin, kann sich über 2.500 Euro freuen. 500-mal, nein, 4-mal werden die 500 Euro ausgeschüttet. 45-mal gibt es 50 Euro. 218-mal werden die 10 Euro verlost. Und 857 Gewinner und Gewinnerinnen können sich über 5 Euro freuen. Und freuen kann sich auch das Projekt, das diesmal als Gewinnerprojekt ausgewählt wurde. Und das ist die Blühstreifenaktion in Fürth im Odenwald. 5.000 Euro gibt es für die aus der hessischen Umweltlotterie. Genau, wo sie mitspielen können und eben der Natur und der Umwelt etwas Gutes tun können.